namaste julie the golden drop so schön bist du dabei schaust du vorbei mach deine mathe breit komm an und es wartet eine wunderbare yoga session für dich und zwar wunderbar für den rücken also quasi ein yoga für den rücken aber ein bisschen für yoga vorgeschrittene aber auch für anfänger ist es geeignet es stärkt denn jede übung wird in drei atemzügen gehaltet also es stärkt es dehnt es schenkt die energie für zwischendurch für den abend oder für am morgen genieße es ich freue mich dass du dabei mach deine matte breit komm auf deine matze in den vorderen teil deiner matte finde dich hier richtig ein deine fußsohlen fühlen dich mal ein bisschen durchstrecken deine schultern locken und dann mit der nächsten einatmung deine hände in die höhe blick zu deinen händen hinauf und ausatmen loslassen gedanken emotionen alles was dir in diesem moment nichts bringt eine erneute tiefe einatmung bis zu den fußsohlen hinab und ganz bewusst loslassen eine dritte tiefe einatmung bist du den fußsohlen hinab all die frische neue energie in dich einatmen handflächen zusammen und deine handflächen vor dein herz bringen drei tiefe atemzüge hier ganz bewusst ankommen im hier und jetzt verwurzelst dich mit deinen füßen in diesem moment in deiner unterlage im hier und jetzt lässt los tiefe einatmung hände noch mal in die höhe handflächen zusammen backband rückwärts beuge ausatmen handflächen schulterbreit prima ballerina strahlen sie von dir weg gerade wirbelsäule und mit der nächsten ausatmung hände vor dich bringen ausgestreckt ausatmen hände kopf und rücken vollkommen entspannt in deiner vorwärts beuge sei sanft mit dir selbst mit der nächsten einatmung hände auf die matte platzieren einen großen sprung mit deinen füßen zum ende deiner matte machen dich in deine high plank begeben hier für drei tiefe atemzüge ankommen starke mitte mitte halten falls dein bauch diese position noch nicht halten mag komm auf deine knie und den unteren rücken zu schonen noch mal tief einatmen ausatmen auf die rechte seite side plank rechte hand zieht zum himmel hinauf auch hier dein becken dein gesäß hängt nicht durch starke mitte mitte schön bewusst tief atmen ausatmen in deine high plank zurückkommen du hast es geschafft mit der nächsten ausatmung rechte hand zum boden zurück linke hand zum himmel hinauf linke oder rechte side plank wie man es betrachtet auch hier lässt du dein becken nicht durchhängen schöne starke mitte schön bewusst tief atmen ausatmen in deine high plank zurückkommen du hast geschafft knie brust und kinn auf die matte taturanga dein körper liegt auf der matte deine fußsohlen richtung himmel hinauf vollkommen entspannt hände bleiben unter deinen schultern ganz entspannt hier atmen nach dieser ersten aktivität nächste einatmung auf alle vier von allen vieren fast in deine child's pose wirbel soll ja schön durchstrecken mit der nächsten ausatmung brust zur matte hinab stößt dein oberkörper nach vorne aus so dass deine wirbelsäule hier quasi wie einer cow position sanft gedehnt wird kommst fast herauf in dein heraufschauenden hund immer schön wirbelsäule schön durch denen dein rhythmus finden zehn aufstellen und von hier direkt in deinen heraufschauenden hund stoßen tief atmen lungendehnung herzdehnung all die frische energie in dein körper einströmen lassen halte die position du hast es gleich geschafft ausatmen zurückstoßen in deinen herabschauenden hund ein zwei schritte nach lust und laune hier vollkommen entspannt dehnen dein körper sanft wecken aktivieren rechtes bein nun ausgestreckt kommst in den dreibeinigen hund doch von hier aus streckst du deinen bauchnabel zur rechten seite deines körpers um deine flanke dein oberkörper ja noch mal bewusst sanft zu dehnen den hund immer schön halten rücken schön zum bein pressen ausatmen rechter fuß zurück zum linken fuß herabschauender hund sobald du so weit bist dein linkes bein in die höhe bringen und nun dein bauchnabel zur linken seite ausstoßen in deinem dreibeinigen hund flanke oberkörper bewusst dehnen hüfte öffnen brustkorb zieht schön in deinen dreibeinigen hund lass dich hier nicht fallen mit der nächsten ausatmung linker fuß zurück zur matte herabschauender hund ein zwei schritte nach lust und laune dein körper sanft dehnen und wecken tiefe atemzüge hier in deinem herabschauenden hund auf deine zehenspitzen kommen und in kleinen schrittchen zu deinen händen nach vorne spazieren rückenkopf und hände vollkommen entspannt beine sind leicht angewinkelt um mehr die faszien deines rückens zu bearbeiten zu öffnen zu dehnen tiefe atemzüge hier mit der nächsten einatmung rollst du dann sanft wirbel für wirbel mit deinem oberkörper wieder zurück in die stehende position und tadasana aktive muskeln aktive hände aktiver körper tiefe atemzüge hier in deiner tadasana über deine handflächen hinein bis zu deinen fußsohlen hinab darauf folgende einatmung hände zum himmel hinauf stoßen arme bleiben schulterbreit in die knie kommen chair pose drei tiefe atemzüge hier in deiner chair pose starker oberkörper durch blutung deiner beine fördern deine knie sind schön parallel nach vorne ausgerichtet fallen nicht nach außen oder nach innen ausatmen hände kopf und oberkörper zurück zur matte vorwärts beuge vollkommen entspannt nimmst wahr wie dein körper schon geschmeidiger geworden ist weicher als zu beginn nächste einatmung gerade wirbelsäule hände auf die matte einen großen schritt zurücknehmen in dein herabschauenden hund kommen ein zwei schritte an ort und stelle nach lust und laune dich hier nochmal bewusster durch den deine beinmuskulatur gesäß becken rücken mit der darauf folgenden ausatmung in deine high plane kommen und in einer langsamen liegestütze auf die matte begeben elmbögen ziehen unter deine schultern in deine kleine sphinx kommen sanfte dehnung für den unteren rücken du selber entscheidest wie intensiv die dehnung hier sein darf tief atmen ganz bewusst in jeden einzelnen wirbel hinab mit der ausatmung zehn aufstellen hände unter deinen schultern hinauf drücken in deine high plank und aus der high plank direkt zurück in den herabschauenden hund wahrnehmen wie dein körper schon geschmeidiger und weicher geworden ist wie die lebensenergie strömt durch den körper hindurch tief atmen in deinem herabschauenden hund ausatmen in deine high plank kommen brustkinn und knie zurück zur matte taturanga stöß deine hände nach vorne zum ende deiner matte drückst dich hinauf in deine cobra beine sind leicht gespreizt fußnägel schauen zur matte herzraum lungraum wunderbar geöffnet wirbelsäule bewusst durchatmen ausatmen zehn und hände zurück auf die matte zurückstoßen in deine child's pose wirbelsäule vollkommen entspannen nach diesem backband rückendehnung vollkommen entspannt atmen hier mit der nächsten einatmung zurück auf alle vier finden rechtes bein ausstoßen hinter dir einen großen kreis auf der seite mit deinem bein machen so dass dein fuß nun zwischen den händen ankommt richtes knie und fußgelenk in einer gerade linie linkes bein ist auf dem boden linke hüfte strahlt offen ist sanft gedehnt in deinem krieger eins öffnest du dich nach oben ausatmen in dein krieger zwei kommen tiefe atemzüge in dieser sanften dehnung einatmen mit der ausatmung rechte hand in kante deines rechten fußes linke hand zum himmel hinauf strahlen lassen blick zu deiner linken hand sanfter twist wirbelsäule hüfte oberkörper ausatmen linke hand führt zur rechten hand und nun die rechte hand zum himmel hinauf bringen blick zu deiner rechten hand hinauf lässt die energien hier strömen bewusste atemzüge ausatmen rechte hand in kante deines rechten fußes platzieren rechtes bein ausstrecken mit deinem gesäß zur linken ferse zurück zielen so dass die rückseite deines beines brustbein und oberschenkel in einer geraden linie sanft gedehnt wird tiefe einatmung mit der ausatmung oberkörper nach vorne kommen lassen in kante deines rechten knies auf die matte auch hier entscheidest du selber wie tief du kommen magst wie intensiv deine dehnung sein soll sein darf einatmen oberkörper wieder auf die hände bringen bein ausstrecken und nun dein rechtes bein zurück in einem halbkreis rechtes knie neben dem linken knie vierfüßler position linkes bein nun ausstoßen als verlängerung deiner wirbelsäule und in einem großen kreis zwischen deine hände platzieren rechte hüfte öffnen sanft dehnen linkes knie linkes fußgelenk in einer geraden linie übereinander öffnest dich in dein krieger 1 aktive position aktive atemzüge mit der ausatmung in dein krieger 2 kommen öffnest dein brustkorb bewusste atemzüge in jede einzelne zelle deines körpers mit der ausatmung linke hand in kante deines linken fußes rechte hand ziel zum himmel hinauf blick zu deiner rechten hand hinauf sanfte wunderbare dehnung ausatmen rechte hand zur linken hand und nun linke hand zum himmel hinauf stoßen blick zu deiner linken hand wirbelsäule brustkorb schulterbereich hüfte becken hier sanft lösen ausatmen rechte und linke hand in kante deines linken fußes platziert linker fuß nach vorne ausstrecken und nun mit deinem gesäß sanft zu deinem rechten fuß zurückstoßen linke hand ist nun außen kante deines linken fußes brustbein und oberschenkel in einer geraden linie auch hier entscheidest du ganz selbst für dich du bist ein eigener maßstab wie tief du hier in die dehnung kommen magst einatmen oberkörper wieder zurückbringen oberkörper auf die innenseite deines linken beines zur matte begeben vorwärts beuge sanfte dehnung für deine hüften bewusste atemzüge in die dehnung hinein mit der nächsten ausatmung oberkörper sanft wieder abstoßen mit deinen händen linkes bein ausstrecken und linkes bein nun in dem halbkreis zurück zum rechten bein bringen vierfüßler position aus der vierfüßler in deinen herabschauenden hund ein zwei schritte nach lust und laune hier genüsslich dienen wahrnehmen wie die lebensfreude die lebensenergie in dir erwacht ist durch dich durchströmt dein körper und geist belebt ausatmen in deine high plank komm schultern und handgelenk in einer geraden linie und mit einer sanften liegestütze dein körper auf die matte bringen zehn beine sind leicht gespreizt füße nun zu deinem füttli dein püppelchen bring hände zu deinen füßen führen blick geht zur matte hinab und nun hände und füße in die höhe strecken voneinander wechselt es da in wunderbaren backband rückenwirbelsäulen dehnung erzielst brustkorb herz lunge schultern in einer wunderbaren dehnung tiefe atemzüge ausatmen hände und füße zurück auf die matte zurückstoßen in deine child's pose gesäß zur ferse vollkommen entspannt in diesem moment atmen da sein einfach sein mit der darauf folgenden einatmung in die vierfüßler position zurückfinden kattenkau mit der katze einen schönen katzenbuckel machen dein oberkörper deine wirbelsäule zum himmel hinauf stoßen mit der einatmung in deine cow position po richtig schön genüsslich ausstoßen hohles kreuz blick zum himmel hinauf in deinem tempo ein und aus wirbelsäule öffnen atem und bewegung in einer wunderbaren harmonie mit jeder einatmung herz lunge durchströmen lassen mit der nächsten ausatmung hände vor dir ausstoßen gesäß und knie in einer geraden linie zueinander herz richtung matte melting heart position wenn da zu viel spannung auf den schultern passiert arme leicht anwinkeln nimmt den druck von den schultern weg und nun schön ausatmen über dein herz zum boden hinab zurückgeben nicht mehr gebrauchte energie einatmen zurückfinden vierfüßler position gesäß zur ferse child's pose vollkommen entspannen wirbelsäule entspannen achtsam und bewusst atem die frische energie in dich ein und aus sie ausströmen lassen auf alle vier kommen zehn aufstellen in deinen herabschauenden hund drücken wahrnehmen wie die lebensenergie die lebensfreude in jeder einzelne zelle deines körpers fließt und lebt atmest ganz bewusst und tief von händen bis zu deinen füßen in deinem herabschauenden hund power position auf deine zehenspitzen kommen high heels zu den händen nach vorne laufen kopf und hände rücken vollkommen entspannt vorwärts beuge beine nach bedarf immer noch angewinkelt lieber die faszien einatmen gerade wirbelsäule deine beine etwas breiter bringen mit der ausatmung in deine hocke kommen oberarme sind zwischen den knien platziert hände vor deinem herz unterarme bilden eine gerade linie gerade wirbelsäule wurzelschakra kultivieren tiefe atemzüge ganz bewusst über deine wirbelsäule bis zu deinen fußsohlen hinab näht der ausatmung oberkörper sanft wirbel für wirbel auf die matte begeben beine anwinkeln vor deinem oberkörper platzieren sodass du nun mit deinen händen zu deinen zehen greifen kannst und öffnest deine beine hier in einer happy baby pose lässt dich hier voller leichtigkeit und genüsslichkeit sanft wiegen von links nach rechts entspannt beine schließen beine sind vor dir aufgestellt deine fußsohlen schauen zum himmel hinauf deine handflächen schauen zum boden hände arme sind neben deinem körper platziert drei tiefe atemzüge ganz bewusst über deine fußsohlen bis zu deinem po hinab ausatmen fuß wieder zurück auf die matte beine vor die angewinkelt ganz und gar entspannen nachfühlen wie sich deine beine deiner rücken in diesem moment anfühlt mit der darauffolgenden einatmung in eine sanfte brücke kommen einatmen bauchnabel zum himmel hinauf ausatmen torso wieder zurück zur matte begeben wirbel für wirbel mit der einatmung bauchnabel zum himmel hinauf mit der ausatmung sanft wirbel für wirbel torso wieder auf die matte zurück begeben deine beine sind gerade deine knie fallen nicht ineinander oder auseinander knie und fußgelenk in einer geraden linie ein und ausatmen bewegung und atem zusammenbringen ausatmen beine zurück auf der matte nun linker fuß über dein knie platzieren mit deinen händen in deine rechte kniekehle greifen nochmal sanfte oberschenkel hüfte dehnung ausatmen bein wechsel rechtes bein überm linken knie hände greifen in deine linke kniekehle bewusste atemzüge in deine dehnung hüfte oberschenkel unterstützt auch die dehnung mobilisierung deines rückens ausatmen beine vor dir angewinkelt abstellen und dich von hier mit der nächsten einatmung in deine kerze hinauf drücken in deinen schulterstand mit den händen unterstützt du deine rücken und atmest dir ganz bewusst von deinen füßen bis zu deinem kopf hinab umgekehrte atmung umgekehrte position und wenn du soweit bist und dich bereit fühlst bringst du deine füße hinter deinen kopf deine arme sind vor dir ausgestreckt auf der matte du selber entscheidest wie tief die dehnung hier für dich sein darf sein soll achtest auf den nacken atmest aber auch hier ganz bewusst von deinen zehenspitzen bis zu den fingerspitzen und mit der nächsten ausatmung rollst du wirbel für wirbel mit angewinkelten beinen sanft dein oberkörper dein körper zurück auf die matte du streckst deine beine aus und kommst dir an in deiner shavasana du hast es geschafft dein yoga für heute dein yoga für zwischendurch yoga für den rücken fortgeschrittene und anfänger nun gilt es dich vollkommen zu entspannen nimmst wahr wie der körper vollkommen entspannt auf deiner matte ruht vielleicht spürst du auch ein kribbeln in deinem körper die entspannung die lebensfreude die lebenskraft die in dir geweckt wurde in dir lebt mit jeder ausatmung lässt du mehr und mehr los entspannst mit jeder einatmung strömt von ganz alleine neue frische luft und energie in jede einzelne zelle deines körpers sollten gedanken auftauchen schaust du sie an nimmst sie wahr lässt sie aber weiter ziehen so wie die wolke am himmel und bis ganz achtsam in deiner entspannung bei deinem körper bei deiner vollkommenheit ganz und gar vollkommen entspannt körper und geist vollkommen entspannt frisch genährt ganz und gar entspannt körper und geist vollkommen entspannt darfst du gern noch einen moment liegen bleiben ansonsten lade ich dich ein dich zu strecken dich zu wecken dich auf ein neues zu wecken zurückzukommen in die meditationsposition deine hände vor deinem herz zusammenbringen dir und deinem leben danken dein gesunder wunderbarer körper dein wunderschöner geist dein friedliches harmonisches herz dein wunderbares wesen ich danke dir wünsche mir dass du eine wunderbare yogastunde hattest in deinem yoga für zwischendurch yoga für den rücken mit mir julie the golden drop kommentier like oder abonniere mein channel ich freue mich dich wieder zu sehen einen wunderbaren neuen tagesabschnitt voller liebe freude und glück namaste dich herbe exakt auch mit die diese die Vielen Dank.